Los vorwärts, der große Kampf auf der Berichtsinsel. Die Strootpiraten haben es geschafft, in die Lobby zu erreichen. Ihr Ziel ist es, Robin und Frankie aus den Fängen der Weltregierung zu befreien. Oh, hebeisch, hebeisch, hebeisch. Fränkie und Fränkie, der sich in den Fängen befindet. Die beiden sind zusammengezogen, und die Freude zu befreien. Das war es, aber es ist alles, dass wir hiermiten sind. Okay? Wir sind die beiden! Ansonsten, der sich in den Fängen zu befreien, der sich in den Fängen befindet, und die Freude zu befreien. Der sich in den Fängen befindet. Der Geschmack ist die Spannung. Die Spannung sind alle von Usopp geflogen. Er wurde im Grunde geflogen. Er wurde, als er zuerst, war er eine Lösung, für sie zu erinnern. Die Sprache ist alles von ihm. Du bist du einen Mann. Du bist du, so kannst du dir. Du bist du für dich, hast du dir das nicht. Du bist auch zusammenge-Tatmuck. Ich bin der Name ist Wsogeking. Wsopp war. Er hat sich mit dem Held, einen Krieg in den Fußball, und er hat sich nicht mehr als Lobin zu unterteilen. Jedes Lobin, auf Wettbewerbte, der Spannheim-Spandam-Fan-Dum-Kreis-Krisch-Kreis-Krisch-Krisch. Er wurde im Weg in der Tatort, und er wurde die Krieg-Krisch-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis. Das ist ein Schwerpunkt. Er wurde in der USA-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis. Wir haben uns in der jeweiligen Tänzsprache, die in NS-Robbie der CP9-Man-Malik-Mobil-Mobil-Mobil-Mobil-Mobil-Mobil-Mobil-Mobil-Mobil-Mobil-Mobil-Mobil-Mobil-Mobil-Mobil-Mobil-Mobil-Mobil-Mobil-Mobil-Mobil-Mobil. Noch ein paar Zeit! Ja, 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 ja! Zorro! Ich liebe es, mit Zorro zu zocken! Es gibt aber nichts Schöneres, als mit ihm zu spielen. Bis jetzt zumindest. Vielleicht ändert sich das noch. Aber bis jetzt? Mmh, lecker. Okay, neues Bild. Das ist so dämlich. Oh, das ist so cool. Nami-san, mit dem anderen Namen von Nami-san gibt es auch noch die Leute, die sich vor dem Robyn-chan zu retten. Was, Sanji-kun? Robyn-chan hat sich in den CP-9-Geräusern verletzt. Ich habe mich noch nicht nachvollziehen, aber ich habe es gesagt, dass ich nicht zurückkehren. Ich weiß nicht, ob ich mich nicht mehr auf dem Dreibewegung auf dem Fall zurückkriegen würde. Ich finde, dass es das Problem ist, wenn ich mich nicht mehr zu tun habe. Ich habe mich nicht mehr an, was ich nicht mehr so gut machen kann. Ich habe mich nicht mehr zu tun. Ich werde mich nicht mehr für mich und das Problem machen. Ich habe mich nicht mehr zu tun. Ich werde mich nicht mehr tun. Das war's für heute. Es ist egal, dass wir mit Robin reden und reden können. Ich habe mich einfach überlegt, dass wir über die Eienes Lobby überlegen. Wenn man sich über die Eienes Lobby überlegen, dann kann man sich über die Eienes Lobby überlegen. Wenn man sich über die Eienes Lobby überlegen, dann kann man die Eienes Lobby überlegen. Natürlich ist Ruffy schon weg. Natürlich. Man kennt es ja nicht anders, ne? Hier ist der Ort, Zemon. Verstehen Sie den neuen Angriff! Wo ist der Ruffy? Erreiche den Justizturm, um Robin zu retten. Niederlage. Okay, wir müssen das schaffen, bevor die Frankie-Family kaputt ist. Okay, los geht's. Auf geht darin. In Judestube. Okay. Okay. Oh, komm. Eben einmal den Zugang in Usain. Den Roll haben wir schon mal besiegt. Okay, wir sollen die einfach nur verteidigen. Was kriegen wir heute denn? Wieso kommen die denn voll hin, bitte? Die Marine-Dudes. Oh nein, wie heißt einer nochmal? Seiner scheiß Rostfreund, ey. Wenn er das sein soll. So, ne, 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 ne. So, ich denk auch nochmal einen Lauf, ne? Zack, zack, zack. Okay, die haben wir. Okay, das Tor ist offen. Die Flucht-Dude. Sos Steiner, bitte. Ich werde die Flucht-Dude. Wir werden die Flucht-Dude spit. Die Flucht-Dude. Kannst du auch noch so? Oh nein, ich treme dich unter. Wir sollen jetzt vorrücken und das nächste verlocken. Das geht auf jeden Fall klar. So, zack. Das sind schon tausend gewesen. Wir sollen zwei Schalter drücken. Das heißt, wir müssen einmal links und einmal rechts sein. Das ist der erste Schalter gewesen. Und hier war der zweite Schalter. So. Da lang. Ne. Hier lang. So. Äh, wo muss ich denn rein? Ich meine, ich spiele zwar zu hohe, aber ich würde gerne nicht orientieren, ne? Vernünftig. Äh. So. Ich bin voll falsch gelaufen. Zack. Piu. Alter, really? Bin ich echt so boosted? Dass ich da jetzt gerade wieder runtergesprungen bin? Ach, du Kacke, war das scheiße. Piu. Piu. Okay. Das zweite Tor ist auch offen. Und jetzt auf in die Mitte. So, wir sollen wieder die Frankie-Family Verteilung, das kriegen wir wohl hin. Kommen jetzt hier wieder irgendwelche Bosse oder was los? Natürlich. Zack, den haben wir schon wieder weg. Oh, yeah. Okay, ich würde sagen, wir bleiben einfach hier. Und verteidigen die einfach. Ah, da ist noch der andere. So, es sind also nicht nur die Bosse, die nerven, sondern anscheinend auch die kleinen Einheimen. Oh, da muss ich da unten. Und... Zack. So, jetzt den haben wir. Und den haben wir auch. Wundervoll. Okay. Oh, nein. Das braucht 2.000 Gegner anzudrücken. Gut, den holen wir als Auto. Zack. Vorher zu aufnehmen. Wundervoll. Se. Begib dich zum Dach des Gerichtsgebäudes. Okay, gerne auf nah drin. So. Geht's denn nicht? Hier geht's auch oben. Richtig geil, Alter. Die ist so schön, ne? Dass man hier drin auch so spielen kann. So. Auf nach oben. Wie wär's mal wieder mit DPD? Ne, für heute nicht mehr. Ich mach jetzt gerade noch das hier zu Ende. Und dann werde ich mich jetzt bettauen. Aber morgen wieder, ne? Morgen bin ich auf jeden Fall wieder am Start. Oh je. Ich habe den besten Ghostchase verpasst. Das ist natürlich doof, ne? Aber dafür habe ich heute schon die beste Abschmier-Action gehabt, ne? Das ist nicht unlogisch. Das ist kein Problem. Wenn man so stark auf dem Meer kommt, wenn man so stark ist, dann muss man sich nicht mehr zu werden. Man kann sich nicht mehr zu retten. Aber wie geht's das? Man kann sich viel zufrieden. Man kann sich nicht verlieren. Man kann sich nicht weit weg. die kreia die 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 wazern sie lang in die das dach war mit also auch so groß es war wiensig Das war's für heute. Halt, in diesem Moment, wenn du Dingens angreifen willst und Ruffy ihn immer wieder wegboxt. So, ich denke, in sowas fällt Ruffy ja nicht ein. So als wäre das hier sein Kampf, ne? Aber bin ich ja eigentlich der, der ich hier carry muss. So, Amasantouli. Und, voll daneben. Great. Man, bin ich gut. Das Game geht bis zum Yetsinak, also bis nach Bano. Also von Anabasta komplett bis jetzt. Ja, das ist mega. Und die Story ist auch so geil nachgestellt noch, ne? Ne, leider nicht. Das haben sie natürlich übersprungen. Also ein bisschen was ist übersprungen, aber sonst würde es auch den Rahmen sprengen. So viele Arks, wie es gab. Guck mal, kaum kann ich mit Zorro spielen. Zack, schon wird's krass, ne? Das Outfit Enis Lobby kann jetzt für Ruffy ausgewählt werden.